So, da ist unser Ziel. Helmengeschosse. Ey, dreh dich rum. Feuerfest. Hier ist ein bisschen viel los. So, Leute. Hilft mir mal. Gebrochen. Gebrochen. Okay. Rekrutieren. Eiserner Wille. Äh... Kämpf bis zum Tod. Gut. Noch kleinere Stufe, kann ich auch nicht viel mit anfangen. Diesmal... Du solltest mich noch nicht töten. Nur ein Verräter findet andere Verräter. Na? Was ist? Ach, eh. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Bist du denn jetzt hin? Ist der schon wieder entkommen? Ernstkraft? Äh... Was soll das jetzt mit... mit... V? Mann, 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 Mann. Ärgerlich. Wahrscheinlich echt zu langsam. Ich bin aus dem Suchgebiet raus. Das ist das Problem. Alles klar. Dann mal wieder rein, da. Genau. Ist er doch. georgie schaden durch fernangriffe also doch der andere kam nur eben dazwischen es war eine frage der zeit bis du es vermasselst und ich übernehme und die zeit ist jetzt will ich auslöschen ne ne mein freund jetzt endlich schluss gemacht du hattest glück mein plan war perfekt ich habe auch gewartet der kann doch nicht schon wieder weg doch das doch nervig leute hallo jetzt versuche ich mal mit dem karagor gegen ihn vorzudrängen ja schon wieder als ob das diesmal lasse ich dich garantiert nicht entkommen wer ist nehmt euch von deinem Spitz mich eng klein auf auch dieser karagor ist aber auch eine verdammte mission und schon haben sie wieder neue ja neunbekannte hauptmänner ach ne kann ich den eigentlich direkt attackieren das wäre mal interessant zu wissen diesen penner da den will ich jetzt echt aus der welt schaffen ja hier hast du eine geschärfte klinge mein freund das ist kein problem müssen wir mit allem arbeiten was mir zur verfügung steht na wundert er ist echt nervig der sack gucken was ich noch für möglichkeiten habe gucken was ich noch für möglichkeiten habe das ist etwas was ich nehmen würde ein graug wer ist blau wo ist denn der blau gebrochen genau sowas will ich haben lauf 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 da so ist schön ok das weiß ich unbedingt schlau ja dich fresse ich jetzt auf du nein 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 hast dich beim letzten mal verkrochen jetzt will ich dich bloß noch mehr töten ne aber ich kann mir wenigstens andere Viehzeug hier aus dem weg schaffen kann den anscheinend keinen schaden verursachen mal wieder mal wieder grad war das Vieh noch gebrochen ne das ist das das ist das das ist das was ist das die Sache Nee, ich kann ihm keinen Faden verfügen. Wenn man mit Karagos ankommt, ist echt nervig. Und immer wiederkehrende Gegnerhorden. Nee, ich muss den selbst töten. Ja, ich töte das Fisch jetzt selbst. Ob oder er. Kann sich jetzt mal treffen lassen? Was ist denn voll mit dir? Ja. Es tut mir so leid. Das Base hat ich gedrückt. Richte ihn endlich hin. Ah. Der ging mir vielleicht auf den Senkel. War echt nervig. Gut. Kann man hier. Kargojagd. Blutrache. Ich reiß hier hin. Mach den Stamm dann noch fertig. Und dann schauen wir mal. Aber ich würde jetzt gern alsbald die Burg angreifen. Die ist schon recht schwach. So. Set für die Aufträge. Wo war das mit den Burgen? Da. Zirkus Ungul ist hier auch verfügbar. Hier gibt es direkt zwei. Ah ja. Ja. So. Erstmal das Totem zerstören. Und naja. Gut. Macht brabe Kargo. Können wir auch noch mitnehmen. On the way. Da unten. Das ist nicht allzu weit. Gut. Nein. Keiner was gehört. Vielleicht mal ein bisschen was auslöschen. Da. Na komm. Schlichten Alarm. Das ist doch... So. Ja. Sehr schön. Jetzt geht es in Karagor wieder gut. Ich muss darüber. Okay. Hm. Jetzt geschmeckt. Warte hier auf mich, wenn es geht. Macht Probe. Vielleicht darf ich ja meinen Karagor nutzen. Ist das ein Witz? Und das soll eine Prüfung sein? Wie soll er verlieren, wenn ich das richtig verstehe, ne? Ich bin nicht da runter geschlossen. Jetzt. Gucken, ob ich den... Ach, jetzt hat er sich verpisst. Du konntest dich mir nicht mal allein stellen. Ich zeige dir, wie ein wahrer Krieger kämpft. Immun gegen Hinrichtung. Ja, meinetwegen. Ach, dagegen auch. Das klappt nicht. Gebrochen. Gib mir. Ach, noch einer. Als ich eine Bedrohungen gesucht habe, hätte ich dich wohl kaum erwartet. Haha, du Sack. Oh, der hat uns runtergezogen. Noch einer. Ne, Mock zieht sich zurück. Auftrag abgeschlossen. Mock ist stark, ist geflohen. Er hat verstreicht. Gelöscht. Lass dich aber nicht zurückziehen. Lass dich aber nicht zurückziehen. Ich will nicht, dass er sich zurückzieht. So einfach ist das. Jetzt geschehen. Ja, er ist ja Immun gegen Hinrichtung. Dann halt so. Von wegen. Für Elbenwut. Elbenwut, Elbenwut, Elbenwut. Gebrochen. Ja, aber dich will ich nicht. Oh nein. Nein. Es kann noch nicht vorbei sein. Es kann noch nicht vorbei sein. Das ist ja der drückste. Was ist er denn jetzt hin? Ah, nee. Ganz, ganz, ganz nervige Angelegenheit. Ich glaube, deswegen haben sie es eingebaut. So. Was haben wir hier? Erstmal machen wir das Totem kaputt und schwächen die allgemein. Ich glaube, so war das doch, ne? Zack. Dann guck ich mir nochmal an. Wie weit. Wow, du bist ja ein schneller. Gewesen. Na, hoch da. Jawoll. Na, lauf, 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 lauf. Wer hat es erledigt? Den auch. Ja. Mach mal. Männer. Saugen. Da. Der Außenposten ist ja noch ruhig. Okay, was haben wir hier? Ah, das ist cool. Lock the bug an der Freundin, dem du die... Bogenschützen tötest. Machen wir doch. Wenn schon, wenn schon. Hopp. Ein paar Meter hier rüber. Oh, das sieht ganz nett aus. Oh, das sieht ganz nett aus. Okay. Ich weiß, wie es ist zu sterben und wieder aufzuerstehen. Nekromanten haben mich die letzten tausend Jahre nicht ruhen lassen. Komm, Junge. Ich zeige dir, was sterben wirklich bedeutet. Hallo. Oh. Oh, der will flüchten. Blatt hat sich gewendet. Kehrt um. Wir werden wieder kämpfen. Nee, 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 nee. Hoffnung. Da. Talon, äh endlich Talion. Ich bin 23. Immerhin etwas. da könnte es eventuell noch nützlich sein